Mein Name ist Michael Winkelmann und ich bin Fotograf aus Wien und heuer zum ersten Mal Jurymitglied in der Kategorie Werbefotografie, die zum ersten Mal im Zuge des Tirolismo 2010 vergeben wird. Es hat einen eindeutigen Sieger gegeben und wer alle nominiert worden ist, sehen Sie jetzt. Jurymitglied in der Kategorie Werbefotografie, die zum ersten Mal im Zuge des Tirolbens.